Ich bin der Alex und ich habe gemeinsam mit dem Anton und dem Team das Startup RENIA gegründet und wir stellen Trockenfleisch vom nordischen Wild her. Das heißt wir machen Rentier, Elch und Hirsch Trockenfleisch. Viele kennen das vielleicht als Beef Jerky, wir machen es aber eben nicht von Beef, sondern wir machen es ausschließlich von nachhaltiger Jagd. Die Idee von RENIA ist während dem Studium entstanden. Mein Mitgründer Tim, der hat sich gedacht Rentierchips zu machen. Das Ganze ist dann innerhalb von zwei Jahren relativ groß geworden. Wir haben gesehen, da ist tatsächlich Nachfrage da. Es ist immer ein guter Zeitpunkt RENIA zu essen. Ich mag sie alle drei sehr gern. Ich bin nervös, ich freue mich aber riesig auf die erste Show. Ich glaube es wird unglaublich spannend zum ersten Mal in meinem Leben live im Fernsehen zu sein. Wir möchten, dass RENIA europaweit die Marke wird für nachhaltiges Trockenfleisch.